Jan Jakob hier und Max Schmitz von den Bon Capitals. Wir versuchen dem Trend im deutschen Baseball natürlich auch gerecht zu werden und alle unsere Spiele im Live-Team zu entfragen. Das machen wir mit dieser kleinen Winz-Kamera hier. Das Stadion ist doch relativ groß. Also um die 7 bis 9 Red Fans hier auch aufs Bild zu bekommen, die wir pro Spiel ins Stadion locken können, wäre ein bisschen besseres Equipment hilfreich. Da seid ihr gefragt, eine Crowdfunding-Aktion, um das Ganze zu realisieren. Wenn das Ganze klappt, dann sind wir beide dann vielleicht auch noch ein bisschen schärfer.